Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns um Extensions kümmern. Damit könnt ihr Klassen um Methoden erweitern. Das bedeutet, und ja, wir werden dafür ein bisschen mehr brauchen als nur dieses eine kleine Dingchen hier, aber im Endeffekt ist das Grundprinzip relativ simpel. Das heißt, wir können hier sagen, okay, wir bauen uns jetzt aus unserem Aktenkoffer einen magischen Aktenkoffer, der ständig Laptops generiert, aus dem Nichts sozusagen. Und ja, das machen wir, indem wir hier einfach sagen, okay, wir erweitern unseren Aktenkoffer. Indem wir hier einfach eine Funktion schreiben. Also wir gehen nicht in die Klasse Aktenkoffer rein. Wir können das mit jeder Klasse machen, auf die wir Bock haben. Wir gehen hier außen hin und sagen Aktenkoffer Punkt. Und jetzt gehen wir her und sagen Generate Laptop, weil wie gesagt, wir machen einen magischen Aktenkoffer daraus. Generate Laptop, return uns einen Laptop. So einen Aktenkoffer hätte ich auch ganz gerne. Und der gibt uns einfach einen neuen Laptop zurück. Das heißt, wir sagen hier, was wollen wir denn? Intel HD 2000 nur und wir kriegen hier auch nur einen Laptop mit 1,1 und nur 2 GB Arbeitsplätze. Immerhin wird da aus dem Nichts generiert, ja. Das muss ausreichen. So, und jetzt haben wir hier die Methode nicht einfach so zur Verfügung, also quasi nicht als normale Funktion, sondern es ist wirklich eine Methode der Klasse Aktenkoffer. Allerdings muss man da einige Sachen beachten. Also ich zeige euch mal ganz kurz, wie man das Ding aufrufen könnte. Wir sagen jetzt hier Aktenkoffer, also wirklich dieser Aktenkoffer, den wir hier unten schon generiert haben, Punkt. Und jetzt können wir hier diese Methode aufrufen. Wir sehen hier Generate Laptop. On Aktenkoffer. Wundervoll. Das heißt, wir sollten vielleicht noch einen Print aufrufen hinten dran, damit wir auch sehen, was da eigentlich bei rauskommt. Und ja, wir sehen hier, wir haben einen Laptop mit 0,55 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher in der Intel HD 2000 und er ist nicht verbunden. Das heißt, wir haben gerade einen Laptop aus dem Nichts generiert. Wundervoll. Aber ja, das ist wirklich jetzt eine Funktion in der Klasse drin. Und das ist ziemlich cool. Wir konnten sozusagen die Klasse einfach erweitern, um eine weitere Methode, um diese Generate Laptop Methode. Allerdings muss man einiges dabei beachten. Und zwar ist das hier jetzt nicht mehr dynamisch typisiert. Das heißt, es ist statisch typisiert. Und dazu erstelle ich uns mal ein neues Beispiel. Sekunde. So, da sind wir wieder. Einfach eine neue, ja, nicht Klasse, aber eine neue Datei, die wir ausführen können. Und zwar wollen wir jetzt hier, damit es ein bisschen aufgeräumter ist, wir wollen eine Open Class, also eine Klasse, von der man erben kann, namens C. Beziehungsweise eigentlich können wir mit A anfangen, oder? Ja, meistens fängt man zwar mit C an, wegen C Class, aber wir fangen jetzt einfach mal mit A an. Und dann sagen wir hier einfach eine Klasse B, die erbt wiederum von der Klasse C und die braucht, äh, ja, nicht C, sondern A. Ähm, und ja, diese Klassen haben an sich erstmal keine Methoden, kein gar nichts, ja. Das sind einfach fertige Klassen, für die müssen wir nichts machen, okay. Wir können davon Instanzen generieren, das ist im Endeffekt alles, was wir können. Und, ähm, was wir jetzt hier machen ist, wir führen folgendes aus. Wir erstellen uns hier, ähm, ein, ein D-Objekt, also sagen wir D, ja, D vom Typ, äh, Quatsch, natürlich ein B-Objekt, vom Typ B. Ja, das ist ein neues B, oder? So, sollte, weiß nicht, könnte eigentlich sogar ein Value sein, ähm, eine Variable B vom Typ B. Und jetzt wollen wir quasi eine Funktion aufrufen, die wir über diese Extensions da eingefügt haben. Das heißt, wir sagen hier, okay, ähm, wir schreiben uns eine Funktion in unserer Klasse A, A Punkt, ähm, nennen wir einfach mal bar. A Punkt bar, fu, bar, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Und, ähm, das ist jetzt A. Okay, drei As natürlich. Und dann schreiben wir uns genau dieselbe Funktion, also als wäre sie geerbt worden, ja, als wäre sie geerbt worden, ähm, schreiben wir uns in unserer Klasse B auch rein, aber wir überschreiben sie im Endeffekt. Das heißt, wir sagen hier B Punkt bar, ist gleich, und da geben wir natürlich B aus. So, und jetzt haben wir uns hier unten ein B-Objekt erstellt. Wenn wir jetzt hier aufrufen, B Punkt bar, dürfte klar sein, was bei rauskommt, oder? Nichts. Äh, ja, ich sollte es vielleicht ausgeben. Print line B Punkt bar. Okay, also dürfte klar sein, dass da B, 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 B rauskommt. B, 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 nur drei. Ähm, und ja, das ist ganz okay soweit. So, soweit dürfte es klar sein. Was wir jetzt allerdings machen, ist, wir casten das Ding. Und zwar, wir casten es in eine Variable A ist gleich B. Okay? Das heißt, ich caste mein B zu einem A. Ich caste es nach oben, denn A ist ja die Überklasse von B. Das können wir ja jederzeit machen. Das haben wir ja auch so gemacht mit Laptop nach Wi-Fi. Das heißt, wir haben quasi unser Laptop A, ähm, unser Laptop B hier in ein Wi-Fi A gecastet. Okay? Und jetzt rufen wir mal hier A Punkt bar auf. Und es ist immer noch B, 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 weil der Compiler hier intelligent ist. Also das ist das, was wir im Endeffekt so auch gelernt haben, ja. Das Ding ist jetzt zwar vom Typ A, aber es wird runtergebrochen quasi. Okay, wenn wir hier sagen A Punkt bar, ja, dann weiß der Compiler, das Ding ist ja logischerweise hier eigentlich ein B-Objekt. Also wird hier B, 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 B ausgegeben. So, jetzt allerdings folgende Situation. Wir schreiben uns eine Funktion, die ein A-Objekt übernimmt, ja. Ja, das heißt, wir haben hier eine Funktion, nennen wir sie einfach mal PrintMe. Und das ist jetzt hier wiederum, die nimmt ein A vom Typ A. Und die gibt aus PrintLine, beziehungsweise sie gibt gar nichts aus, äh, sie macht direkt das PrintLine, A Punkt bar. Okay? Und wenn ich jetzt hier, ich lasse das hier einfach mal drin stehen, wenn ich jetzt hier diese PrintMe-Funktion, Achtung, nicht mit A aufrufe, sondern mit B, also meinem ganz normalen B, ja. Was dann passiert, das ist folgendes. Es wird A, A, A ausgegeben. Und das ist ein bisschen seltsam. Da müsst ihr euch bei, also wenn das keine Extension hier wäre, würde das so nicht passieren, ja. Wenn das ganz normale Methoden innerhalb der Klasse A und B wären, das ist eine sehr gute Übung, übrigens, das könnt ihr gerne mal machen. Also programmiert das mal um, sodass das hier keine Extension sind, also keine Funktionen, die man außerhalb der Klassen definiert, sondern wirklich Methoden innerhalb der Klasse direkt, ja. Wenn das der Fall wäre, würde hier B, B, B ausgegeben werden. Es wird aber A, A, A ausgegeben, weil das hier eben statisch typisiert wird. Und das heißt, es wird, der merkt quasi, A, okay, ich habe hier ein A-Objekt, also rufe ich auch wirklich diese Funktion aus der Klasse A auf, egal ob ich jetzt hier eigentlich ein B- oder ein A-Objekt bekomme. Und egal, was da eigentlich an Unterklassen dabei ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Extensions bedenkt. Das heißt, ich kann euch nicht unbedingt zu Extensions raten. Vor allem gibt es da auch noch so eine weitere Sache, die man beachten muss. Und zwar gehen wir hier mal noch her und sagen, wir haben eine Klasse C. Jetzt sind wir bei C angekommen. Die erbt nicht, die hat einfach nur eine Funktion. Nennen wir es Funktion bar ist gleich C, C, C. Und dann haben wir hier noch die Funktion außerhalb definiert. Funktion C.bar, die ist gleich Fubar. Und was wir jetzt machen, ist, wir rufen Printline von einem neuen C-Objekt auf C.bar. Was meint ihr wohl, welche Methode ich hier aufgerufen werde? Also wir erstellen uns ein neues Objekt vom Typ C und rufen da bar drauf auf. Was dann passiert ist, entweder diese Methode oder diese hier. Es wird schon gespoilert. Es ist echt langweilig mit dem Compiler. Aber ja, es wird ausgegeben C, C, C logischerweise. Weil diese Member-Funktion hier, auch wenn die hier später definiert wird. Also vielleicht für Leute, die CSS irgendwie häufiger machen. Das ist völlig egal, wann das definiert wird. Die Member-Funktion hat halt einfach das Vorrecht. Und das heißt, das hier wird mir sogar untergringelt. Hey, die wird eigentlich niemals verwendet werden können. Weil sie ist geshadowed von dem Member, der sich auch Bar nennt. Okay? Und das heißt, das Ding hier, das ist einfach stärker als irgendwas, was über eine Extension angegeben wird. Wenn ihr diese zwei Dinge im Kopf behaltet, dass einmal hier diese statische Typisierung greift und gleichzeitig noch Member größer oder Member wichtiger sind als Extensions, dann könnt ihr Extensions verwenden. Aber macht das nur, wenn ihr es wirklich braucht. Ansonsten würde ich euch vielleicht davon abraten. Und ja, das war es von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.